Ich heiße Rahel Insa Liebig und beginne meinen Dienst im Kirchenkreis Merseburg in Wallendorf an der Luppe. Dort möchte ich für und mit Menschen gemeindepädagogisch arbeiten und eine Art Intergenerationalität erreichen. Wichtig ist mir dabei, dass wir alle lebenslänglich lernen. Ich habe vom Kirchenkreis aus der Region erfahren, dass es den Rad- und Wanderweg Salzstraße gibt. Der ist zum Pilgern. Es gibt zwei große Seen, die ehemals Tagebau waren. Die Samariterherberge der Diakonie, die Kunst- und Kultur- sowie Gedenkstättenarbeit liegen mir hier am Herzen.